Ich habe ein Geschenk für euch. Ich schenke euch mein Buch zum Thema Aminosäuren. Weil es heißt ganz, ganz viel, sag ich mal, Halbwissen zum Thema Eiweiß. Viele glauben, viel ist viel und essen viel Eiweiß. Das wäre gut, wenn es Eiweiß mit einer hohen sogenannten biologischen Wertigkeit wäre. Und da sind wir beim Punkt. Wir müssen uns wissenschaftlich anschauen, was ist der Forschungsstand, wie viel von dem Eiweiß sind überhaupt verwertbar. Und all das erfahrt ihr in meinem Buch. Das sind die neuesten Erkenntnisse von Moretti, von verschiedenen Researches, die ich über die Jahre gemacht habe. Und die Medizin, die Biochemie und viele Forschungszeile sind dich einig. Der menschliche Körper braucht Aminosäuren und da ein bestimmtes Profil, einen bestimmten Schlüssel. Und diesen Schlüssel hat Moretti gefunden. Und dieser Schlüssel ist der Schlüssel zu einer gesunden Ernährung. Denn die Aminosäuren bilden Sättigungshormone. Die Aminosäuren helfen bei Entzündungen und Unterziegelölungen. Die Aminosäuren helfen bei Depressionen. Leute, die Aminosäuren sind der Schlüssel in der Forschung Aminos First, mein Buch dazu und eine Packung Presslinge. Wenn ihr beides kombiniert, gibt es das Buch gratis. Und ihr habt viel Spaß beim ersten Konsum.